Hallo, heute zeige ich euch einen Daler von Sachsen von 1617 auf die 100-Jährische Reformation. Auf der Vorderseite ist Jürgen Georg zu sehen. Mit einer schönen Patina und noch leichten, feinen Prägeklamms. Ich zoome den mal etwas an. Also ihr seht hier, dass die Details noch recht gut sind. Das ist die Schnee Nr. 826 oder Devon Board 7595. Ich zeige euch die Rückseite. Die Rückseite zeigt euch Friedrich III. Auch hier schöne Patina. Leichter. Minimalistische Rücklingsfeder, die aber normal sind bei dem Stück. Ich zoome den auch etwas an. Und auch hier sind die Details noch hervorragend. Für so eine alte Münze. Der Taler wiegt 29,2 Gramm. Und das war jetzt der sechsten Taler von 1617. 100 Jahr freier Reformation. Ciao. So... Vielen Dank.